Ja, Gute, hier ist Stefan. Ich sollte eigentlich ein Unpacking-Video machen, aber ich habe die Gitarre jetzt schon seit zwei Tagen und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, so lange zu warten, die aufzumachen. Deswegen haben wir jetzt das mit dem Cut-On einfach mal unter den Tisch gekehrt und ich zeige euch hier eine wundervolle Gitarre, die ich beim Gerhard in Auftrag gegeben habe. Es handelt sich um eine Cardinal. Machen wir auf. Witzigerweise hat sie die Serie Nummer 335, warum auch immer. Und ja, sieht sehr nach Sixties aus, Blockinlays, Brasilien, Rosewood, Griffbrett. Und unschlagbar, mega geil, die Klopp-Männer von Andreas und HB-59. Gucken wir uns an. Hören wir uns an. Jetzt! Gitarre, 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 Gitarre. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017